Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer OPK Gaming und ja, ich begrüße euch heute herzlich wieder zu dieser Live-Kommentary von Call of Duty Modern Warfare 2 Ja, ich hab keinen Bock mehr auf MP3, das wisst ihr auch alle Also, opala, muss Modern Warfare 2 hinhalten Wir machen einen kleinen Test, Spiel suchen Privates Match, Spiel suchen Privates Match, Spiel suchen So Okay, der zockt immer noch FIFA Street Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit Team Deathmash an Und ja, ich hab einfach keinen Bock mehr auf MP3, deswegen zock ich momentan auch Black Ops und MP2 Und ich bin momentan auch sehr müde, muss ich ganz ehrlich sagen Ich hab bis, keine Ahnung, gerade mal, ne okay, ich hab bis 1 Uhr geschlafen Das ist ja nicht jetzt so lange, aber Leute, ich sag euch Opala, ich hab auch gerade gegessen Mh, lecker Bratkartoffeln mit Ei und Speck Mh, lecker Und ja Ja, und Ja, und ja, und ja, und ja, und ja, ich würde mal sagen Shut up, shut up, shut up, shut up Und wir snipen, ne, würde ich sagen Ja, wo ist sniper forever Oh, ich hab den Fernseher etwas zu laut Ich muss ihn mal eben leise machen, Leute Jetzt kanns schon weitergehen, Leute So So Jetzt kanns schon weitergehen, neully Die herbاء Und können wir noch einen guten Score erreichen? Ähm, ähm, ja, Beleidigungen oder sonstiges will ich dieses. Mein dieser Live-Komitee einfach mal nicht machen. Und, ähm, ja. Bam in your face, motherfucker. BAM in your face. Bam. 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 Ja, Leute, heute Abend schön zu vdm. Was ich bei vdm mache, keine Ahnung. Was ist einer von uns? Oh, bin ich grad feuer. Ähm, habt ihr schon gehört? Friseur hört ihr auf, leider. Wenn ich ganz ehrlich sagen, finde ich schade. Ich habe den immer gerne geguckt, den Friseur. Ähm, also er hat die jetzt nicht komplett auf, sondern nur... ...nur für... ...für eine Woche oder einen Monat oder eher für einen Monat oder so. Hört er ja leider auf. Muss ich ganz ehrlich sagen, leider. Der Friseur hat mir sehr gut gefallen. Also den habe ich sehr gerne geguckt. Genauso wie ich. Ähm, ja, okay, Max SPS, der macht den noch weiter. Den gucke ich ja auch sehr gerne. Aber, ähm, das Friseur jetzt erstmal für einen Monat aufführt, finde ich schade. Dann habe ich nämlich keine Let's Plays mehr, die ich gucken kann. Nicht sterben. Nicht sterben. Ja, Leute, 7.1. Das war's von mir, Leute. Schnelle Live-Kommentare, eine ganz schnelle. Ähm, ja, ich hoffe, es stört euch nicht, dass es so schnell war, dass ich nicht so viel erzählt habe. Aber, naja, Leute, bis zum nächsten Mal. Ähm, ja. Ging schnell. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich verspreche euch, ich werde morgen nochmal eine neue Kommentare hier hochladen. Vielleicht aber auch noch heute. Und, ja, Leute, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Ciao. Ciao.